Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe mich gut eingelebt. Für mich war es wirklich ein Neustark. Ich konnte jedes Mal zu Hause vor solchen Kulissen spielen. Der Meistertitel war schon immer ein Ziel. Hier im Freiburg haben wir eine gute Mannschaft zusammen. Und ich glaube, es ist alles möglich.